Tatort, Gasse, Gras und Grünstreifen. Immer wieder drückt er ab, der Kotleger von Heuchelheim. Mindestens 30 Mal in über 1,5 Jahren, am helllichten Tag, vor den Augen seiner Mitbürger. Für die stinkt das zum Himmel. Das finde ich eine Sauerei. Im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße. Entschuldigung, ist halt so. Ich habe schon mal gehört, dass irgendein Hund sich da drin gewälzt hat. Irgendwie hat gesagt, das war Menschen-Shit. Dann habe ich gedacht, merkt das ein Hundebesitzer? Ja, das sieht anders riechen. Ganz fürchterlich. Es ist Zeit, dass das vorbei ist. Dem Tretminenterror muss ein Ende gesetzt werden. Per Zeitungsannonce fahnden die Heuchelheimer deshalb im Februar nach dem großen Geschäftsmann. Und tatsächlich, der flotte Otto wird rasch enttarnt. Gegenüber der Presse sagt der Bürgermeister. Wir haben ihn zwar nicht in Flagranti erwischt, aber Bürger haben uns gemeldet, um wen es sich handeln soll. Nun haben wir ihn zunächst zu einem Gespräch eingeladen und wollen mit ihm über sein frevelhaftes Verhalten sprechen. Der Verrichter soll ein Bewohner des Ortes Ende 50 mit eigener Toilette sein. Warum er seine Spaziergänge auch für Stuhlgänge nutzt, ist nicht bekannt. Die Vermutung? Ein normaler Mensch macht das nicht. Keine Ahnung. Vielleicht um die Leute zu erinnern. Das ist nur krank. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Oder Aufsehen erregen, aber das ist ja auch einfach krank. Die Häufchenanarchie hat sogar schon zwei kackendreiste Nachahmer gefunden. Der Seriencoter selbst scheint es sich aber jetzt zu verkneifen. Ein juristischer Shitstorm droht ihm dennoch. Eine Anzeige könnte durchaus im Raum stehen. Eine Sachbeschädigung ist es nicht. Lediglich eine Erregung öffentlichen Ärgernisses. Im Zweifel soll eine DNA-Analyse harte Fakten liefern und den wahren Cotleger überführen. Als ehemaliger Polizist hat der Bürgermeister die Vergleichsprobe angeblich höchstpersönlich genommen. Damit dürfte das Notdorf-Drama in Heuchelheim wohl ein Ende haben.